Musik 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 Ja meine lieben Freunde was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video an diesem wunderschönen Tag mit dabei bei der wunderschönenste Mensch der Welt und zwar Willi Herren Ist das die Schlagermusiker? Anbara mera Korea Anbara mera Alles so gut? Wie, Alter? Willi Willi Der Faceball Willi Upsi Ja Leute Fangen wir mal direkt an mit Five Little Monkeys Oder Freddy Mensch Das ist mein Leben Mein ganzes letztes Jahr war das Hallo Hallo Was seid ihr? Wir singen Mach den Beat an Jungs Ja 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 Hey ich hab dich auf der Gamescom getroffen Ihr seid so scheiße Ihr seid so kass Aber das macht sie gut Dankeschön Ey wir grüßen die Klasse 8c Von der KTS Köln Ja super Hi du bist Freestyle Rapper Richtig Könntest du auch noch bitte den Lell hochmogen Das wäre sehr nett Moment Ihr seid drei Leute Nein zwei Was geht ab Bruder Und einer macht Beats Ja das ist unser Beat Ja richtig Ah krass ihr Freestyle beide Heftig Ihr könnt auch noch Wörter in den Chat schreiben So wie ihr es gewohnt seid Geil Geil Alter Okay auf gehts Yeah was geht ab Yeah okay pass auf Aha Aha Yeah Was ist los man ich bin gerade wieder da Weil ich gerade planlos rapp man ich geb dir paar Abos ab man Nenn mich einfach ApoRed ich bin da dort gibt in Fortnite Grad in Rekordzeit scheiße was ich mache man du weißt ja ich komm geil Ich geb mir mal die Klicks ich will auch Ja man was ist los man ich weiß ich still bau Ey ich sag fünf du bist leise die Brüsse sind da doch für mich sind sie kleine Was ist das denn Ja man die Leute wollen mich grad antasten Leute wollen was machen wollen gerade ansagen Klar was jetzt das ist nix außer einfach nur das was ich grad mein Aha sei mal ruhig man ich bin da was geht ab weil ich jetzt paar Zeit im Rap Ja man ich bin da doch weil ich grad beim Arbeitswein rapp Und ich hab jetzt back zu den Klicks denn ich weiß dieser Rap bricht grad dein Genick Denn ich brauche diese Klicks hab jeden Rapper gefickt denn ich weiß im Endeffekt seid ihr da gegen nichts Und ich komm an die Küste fast an der Revis Brüsse denn ich weiß ganz genau das für etwas genüsslich grad ja ne krasse Hupe Erste Wort wenn ich mit K nach Google suche doch sie ist nicht da sie ist einfach nur wack Freestyle Rap auf den Revis TS und dann ruft die Polizei denn es ist einfach vorbei Ich hab es wieder prophezeit wenn ich einfach weiter reim Diese Reihen cappen wollen wir da mal jetzt einsetzen Wort da fehl im Schnitt muss irgendwas einsetzen Es ist gerade meine Lebensart jeder weiß den Staunt und heute versteht sein Plan Scheiße ich guck gerade in den Chat was geht ab ja danke Jungs korrekt Absolut ass bitch Dankeschön Jungs vielen vielen Dank Ich danke euch Stabil dankeschön machts gut ne Fand ich cool aber es waren mal zwei Leute im Fluch Ja das war interessant Hit the roadjack ja Ja hit the roadjack soll ich das singen Ok jetzt gehts los Ja das war es Oh woman oh woman don't you treat me so mean You've been a sort of woman that I've ever seen And I guess if you say so I have to pack my things and go That's right Hit the roadjack Don't you come back no more No ma no more Hit the roadjack Don't you come back no more What you say Hit the roadjack Don't you come back no more No ma no ma no more Hit the roadjack Don't you come back no more Ich muss sagen krank geile Stimme Echt sexy, danke. Wie alt bist du? Ich bin 17. Alter, mach weiter. Warum kommst du aus Spanien? Bist du dann Spanien? Äh, nee, aber ist egal. Ah, ich hab keinen Fall. Nee, nee, hab ich nicht. Würde ich nie machen. Darf ich eine Person grüßen? Ist das erlaubt? Ja, ja. Okay, dann grüße ich Max. Okay, danke. Ich grüße auch Max. Mach's gut, ne, Cha-Cha. Blas Kapelle im Tunnel. Tobi, willst du vielleicht mitspielen? Äh, ich bin Tobi. Was? Ist das dein Herz? Ich warte seit 2 Stunden hier und höre mir diesen Rap von diesen Leuten an. Du bist so ein Spasti. Okay, hab ich anfangen. Ja. Oh Mann. Hallo, was soll das? Spaß, ey. Danke, Tobi. Danke. Was geht, Max? Oh, okay. Gut. Ja, ich kann singen. Dann mach mal. Das war cool. You know how I feel. Oh, freedom is my mind. And I know how I feel. It's a new time. It's a new day. It's a new life. Hi. Dankeschön. War cool. Schön. Kleines Werbedingel. Machst du super. Dankeschön, ne? Tschüssi. Okay. Lifehack Russe. Andreas R.O.S. Guten Tag. Slivkischau 2.0 am Start. User was moved to your channel. Ja, hallo. Ich bin Andrei Viktor Chichokov. Also, guten Tag. Ich weiß nicht, wer ist gerade da? Revi und Sturmbaffe. Okay, grüße euch alle beide. Danke. Hi. Ich hatte ein paar Lifehacks für euch. Ich weiß nicht, was ihr habt oder so. Ja, also wenn du welche hast. Wie ich besser Kellogs essen kann. Ja. Wie man am besten Kellogs essen kann? Ja. Hi Freunde. Heute zeigen wir euch, wie ihr machen könnt Kellogs essen. Am besten funktionieren diese, wenn ihr unbedingt machen als erstes die Milch und dann die Cornflakes. So funktionieren sehr gut. Wenn dir gefallen tut unsere Livehack, dann musst du eine Like da lassen und Revincent und Sturmbaffe abonnieren. Auf jeden Fall. Wenn dir dieses Video gefallen kann, musst du diese Kamera teilen, mit den Freunden Spaß haben und an dir weiterhin masturbieren. Also viel Spaß und einen schönen Tag wünsche ich dir. Andreas Russ wünscht euch einen guten Abend. Schönen Tag euch noch. Da kommt sogar das Outro. Ja, perfekt. Dankeschön. Lil Nikita, Falte Supreme. Hallo? 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 Was kannst du? Äh, ja, von Lil Trano, Falte Supreme sing. Tobi, Tobi, hör auf. Tobi, lass deinen. Tobi? Lass. Tobi, ich. Und? Aus. Und aus. Und aus. Und aus. Und aus. Falschen Supreme, kenn ich. Ich will jetzt auch mal essen. Ja, tschüss. So, okay. Ich kenne das Lied nicht. Was? Ich kenne das Lied nicht. Das, äh, kennst du es nicht? Ist es gut? Ne. Du hast, also, hast du, konntest du gerade nicht urteilen, ob das gut ist. Anhand dessen, was du gehört hast. Ich weiß ja nicht mehr. Heutzutage ist das ja vielleicht gut und dann muss ich mich wieder drei Monate mit auseinandersetzen, weil ich es auch gut finde. Und dann kommt wieder irgendwie Drake. Pokémon Gedicht. Hallo? Hallo? Dann mach mal. Glumandos sind rot, Shiggis sind blau und du bist eine tolle Frau. Dein Lachen ist stärker als ein Hyperstrahl. Wärst du ein Pokémon, wärst du meine Wahl. Jesse und James gleich, ich und du. Ich bleib bei dir wie Ash bei Pikachu. Wie ein Galoppa, so schön und warm. Wie ein Togepi, halt ich dich im Arm. Wie ein Top-Elixier baust du mich auf. Wie ein Sonderbonbon pusht du mich auf. Ich brauch keinen Arktos, Zapdos, Lavados. Mit dir besieg ich jeden Boss. Im Felstunnel bist du mein Licht. Zusammenheben wir relaxes Gewicht. Wie Schwester Joy heilst du mich. Wie Officer Rocky beschütze ich dich. Wie Magneton halten wir zusammen und kämpfen gegen Gluraks Flammen. Ich mag dich sogar mehr als Mew. Auch von allen Pokémon meine Wahl wärst du. Denn du bist immer da für mich. Und egal was ist, ich wähle dich. Das war süß. Ähm. Tschüss. Hab auch gerannt. War gut oder? War top. Ja, Naimi Flöte. Hallo? Hallo? Mach. Was mach? Flöte? Ja, warte. Flöte? Ja, warte. Flöte? Das ist doch schön für die Appenwarte. Jetzt kannst du schöne Appenwarte machen. Da zieht sie wieder hin, meine Freunde. Meine geistige Auffassungsgabe. Das war's für dieses wunderschönen Video. Schaut euch dummwaffelsmirch vorbei. Lasst einen Willi wichtigen Daumen nach oben da. Aktiviert die Glocke. Bereit. Einmal noch. Macht's gut Leute, haut da rein. Tschüss. Tschüss.